Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Reserve. Ich war unterwegs für die Lightkeeper Quest Payback. Da muss ich Gluha killen und 6 seiner Guards und ich hatte glaube ich schon Gluha gekillt und habe noch 2 Guards gebraucht oder so. Auf jeden Fall war Gluha da, der ein oder andere Spieler auch. Es gab guten Loot und am Ende haben noch ein paar Player-Scaps rumgenervt. Auf jeden Fall, von Anfang bis Ende war das ein sehr spannender Raid und den wollte ich euch wie immer natürlich nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv.de, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich mit einem Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Oh, Stärke 49, nice. Ist er das? Könnte das sein, ne? Oh ja, das ist er definitiv. Oh ja, das ist er definitiv. Oh ja, das ist er. Ich wollte sagen, ging das schön in die Weste, ey. Oh ja, das ist er. Oh oh. Oh oh. I don't know. Gut, dass ich den hinter mir noch gehört habe, trotz Granatwerfer. Oh Mann, wo sind die, ey? Da kann ich nicht mitregen, Engelsbote. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Warum gehen die gar zu ab? Wenn die aufgeschreckt sind, gehen die mega ab. Das ist echt krass. Der steht da noch. Oh Mann. Einer läuft hier außen. Alter, haben die Bock, Mann. Ich glaube, Gluha hat da irgendwo noch einen PMC zerrissen. Ah, Gluha ist sowas von angestochen, ey. Richtig übel. Gleich ist die Muni leer, ja. Ich habe zu wenig Muni für den Scheiß dabei. Das ist genau unter mir. Ich kann hier auf keinen Fall runter, das geht nicht. Meine Güte, Mann. Ei, ei, ei. Ich muss Gluha killen, der hat Muni für mich. Ey. Mal halblang. Gute Spieler hier. Oh ja. Junge. Was ist das denn, ey? Okay. Hier Plack. Ah, hier haben wir wenigstens das Ironside, okay. Puh. 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 Ey, ei, ei. So. Ja, leider habe ich jetzt die Flair nicht dabei. Muss ich nächste Runde machen. Hilft nix. Hier kommt noch was. Clue hat Keycard, ich hoffe er ist. Hier steppt noch irgendwo einer. Wenn der so aggro ist, ist es echt übel, unberechenbar. Ja, die Maske oder? Alles gibt's. Also, die Maske oder? Alter, was hier ist? Das Gäste rumrennen. Das ist nicht ein Players-Gab, genau. Oh, das ist nicht. Ich muss hier raus, ich bin aber irgendwie... Spiele, oder? Wusste ich's doch, ey. Doch, ne, jetzt. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ey, shit, ich will den da draußen looten und den hier. Den anderen, den krieg ich nicht mehr. Ich will den mit der Killer-Rüstung. Ah, die Waffel, man. Da, wo du bist. Da, wo du hast. Oh, normal war. Da, wo du bist. Schlecht Alter, was hat denn die alles dabei, Mann? Er looted meine Leiche dahinten, safe. Frau Wax, vielen Dank für die Folge, willkommen. Da rennt er. Scheiße. Ja. 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 Das geht ab, hier ist Party. Was hat denn hier alles drin, ey? Ach du lieber Gott, Mann. Weg mit dem Bums. Eieieiei. So, 75 Kilo. Ähm. Wir müssen hier raus und ich kann nicht oben raus. D2. Hm. Oder Train. Nee, Train bin ich bloß durchgelaufen, ne? Wait for the Train. Oh shit. Train dauert noch. Den hinten lass ich liegen, der ist mir jetzt erstmal egal. Na, ich hasse den so sehr. Na, da geht's. Das ist okay. Reserve Exits sind Pay in this, allerdings. Ich mein, ich könnte die Armor weg droppen. Nee, quatschen wir hier. Meine Runden sind immer so. Nein, nicht immer. Ah shit. Hier ist verficktes Gav-Party. Es ist zum Kotzen. Ich hoffe, die sind unten. Kommt mehr raus? Nee, ne? Oh man, ey. Oh man, ey. Movements. Tag auf. Fest. Mal halblang. Oh shit. Oh shit. Hey, wenn ich da irgendwo ein Fight anfange, habe ich zehn Scaf-Player am Arsch. Das ist die Sache. Die zwei ist grün, ne? Ja, ja. Passt. Oh, ich hätte auch die Rig wechseln können. Da hat er hier so ne... Ah shit. Na egal. Das wäre die Lösung gewesen. Das wäre die Lösung gewesen. Nee, hätte nicht geklappt, weil dann hätte ich die Rig nicht mehr reingebracht. Hätte nicht geklappt. Hätte ich so nicht alles mitnehmen können. Nicht so, wie ich es jetzt habe. Gut. Ja. Ganz gute Runde, oder? Oh, hallo YouTube draus. Auf geht's. Macht mal hallo YouTube im Chat. Man muss in dem Game mitmachen, Bab. Auf jeden Fall. Macht mal hallo YouTube. Ich weiß gar nicht wie viele PMC-Kills, aber auf jeden Fall haben wir den Hauptteil der Lightkeeper-Quest fertig. Nämlich Gluha erwischt. Ja, drei Spiele haben wir auch noch erwischt. Mal sehen, eins, zwei, drei, vier Guards. Und den Boss. Ja, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Jetzt muss ich nochmal hin und die Yellow Flare zünden, aber das sollte man hinbekommen. Jetzt müssen работать. Wir mates nicht v ball-rein-ang запut. Nach Cuuren